Nee, nee, okay, sehr gut. Nein. Hol die beide ab. Ah, ja das ist okay, das ist okay, der Trike. Bevor der mir einen Sammler klaut, ist das okay. So. Dann Luftangriff, gehen wir hier drauf. So, einfach mal unterstützend. So. So, ja genau, so muss das sein. Ah, das war geil. So muss das. Dass der mir jetzt das Schweig geklaut hat, das ist doch das geringste Kumpel, ey. Ohne Scheiß. Ah, Schallpanzer, sehr schön. Hier oben hin. Du kommst mal hier hin. Sehr schön, damit auch sowas hier nicht mehr durchkommt. Wunderbar, weitere Schallpanzer bitte. So, so, so. Boah, ey. Boah, geil. Framebereit. So. Sehr gut. So, dann. Ja, diese Scheiß-Deviatoren von den Orders, ne. Die sind, die sind das Problem, gerade. Trike. Sehr gut. Das ist egal, dass der mir einen Trike geklaut hat. Das ist wahrscheinlich mein Trike da. Ja. Weil die Orders da können keine Trikes bauen. So. Das ist mein Trike. Ah. Okay. Okay. Einen noch. Für den Herzen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alles klar, Freunde. Jetzt hab ich hier verteidigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das hat ja auch gar nicht lange gedauert, ne. Das, alter. Das ist so dreist. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Alter, Späte. Schaut euch das an, wie viel der da ankommt. So. Bereit, Commander. Zwei Sammler wird angegriffen. Bereit, Commander. Für den Herzog. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einhinein bereit. Ihr könnt wieder sagen. Jawohl. Bestätigt. Ach. So. Okay. Für den Herzog. Ja, sehr schön. Alter. Jo. Jo. Nicht schlecht. So. Bereit, Commander. Hier verteidigen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sehr gut. Alles klar, das war's. So, dann kann ich jetzt endlich mal Einheiten bauen. Für den Angriff. Sehr gut. Wo ich nach einer anderen Mission, nach jeder anderen Mission, wenn er nach einer halben Stunde schon war, bin ich hier nach anderthalb Stunden. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder? Ich gucke mal gerade. Ja, so langsam muss ich auch auf den Platz achten, ja. Egal, das geht schon. Für den Herzog. Sehr schön. Für den Herzog. Ich hole mir noch einen Sammler mit Flugzeug. Ah, die sind so teuer. Zu wenig Geld. Verdammt nochmal. Warum sind die so teuer? Naja. Okay, komm. Erstellung registrieren. So. Gut. Ja, ja. Ich habe jetzt noch so ungefähr anderthalb Stunden, die ich aufnehmen kann. Bevor meine Festplatte voll wird, weil die Dateien vom Loilo, die werden ja immer riesig. Ah, das ist jetzt egal, komm. So, dann bin ich jetzt wieder hier unten bei dem hier. So. Frame bereit. Damit werde ich mich auf Sammlerjagd machen mit den Frame. Das ist ja, das ist mein Plan mit denen. Dann werde ich Sammler platt machen. So. Fahr mal nicht zu nah da dran. So. Einfach nur erkunden. So. Weitere Schallpanzer. Da kommt mein fünfter Sammler, ja. So. Gut. Meine Güte, jetzt habe ich mich endlich mal ein bisschen aufgebaut, Mensch. Ja. Für den Herzog. So, ein bisschen erkunden noch. Das geht ja noch. Für den Herzog. Jawohl, Sir. Alles klar. Gut. Auch riesige Karten hier bei Tune 2000. Also richtig krass. Für den Herzog. Richtig heftige Kartengröße auch hier, ja. Bestätigt Ende. Für den Herzog. Oh Mann. Jetzt ist schon wieder ein Panzer, ey. Für den Herzog. So. Gut. Weiter. Einheit bereit. Weiter. Nein, kein Flugzeug. Panzer. So. Bereit, Commander. Ja. Sehr gut. Ich glaube, in den Basen selber ist nicht so viel drin. Das sind, glaube ich, Spawner, die der hier hat. So ähnlich wie bei Commander Conquer. Für den Herzog. So, aber es geht voran. Es geht voran. Ich habe erkundet jetzt. Sehr schön. Das speichere ich nochmal. Speicher, nicht laden, um Gottes Willen. Weil wenn ich jetzt laden würde, würde mich sich die Aufnahme vorerst abbrechen. Wegen meinem Festplattenplatz, wie gesagt. Weil meine SSD, die ist jetzt nicht so groß, ne. Weshalb. Muss ich da ein bisschen drauf achten. Bestätigt Ende. Jawohl, Sir. Aber das geht schon. Riesenkarte. Krass. Was für eine riesige Karte. So. Brauchst du schon allein eine halbe Stunde, um das Ding mal zu erkunden? Pff. Das ist ja so krass. Aber erkunden macht Spaß, finde ich, in so Strategie spielen. Ich weiß auch nicht. Dann sieht man irgendwie direkt... Ja, nix. Okay. Ja, Sir. Für den Herzog. Ja, Ordos und Hakon. Es war klar, dass die beiden dann da kommen, ne. Da denkt man auch gemütlich, es geht gegen die Ordos. Ne, ne. Es geht gegen die Hakon auch. Unser Stützpunkt wird angegeltet. Ja, hier. Puff. Sehr schön. Willst du wieder meinen Sammler angreifen? Ah, ne. Der will mir hinterher. Okay. Ja, dann. Oh, das ist der Ordos-Stützpunkt. Alles klar. Dann weiß ich, falls ich gleich als erstes mit dem Luftangriff... Luftangriff angreife. Guck mal, die Ordos, die sind schneller, die Trikes, deswegen. Die Ordos-Strikes, ja. Ja, okay. Da ist eine Basis. Ja, soll er kommen. Ne, die Hakon, die schicken aber auch immer alles, alles, was sie haben, ne. Frame bereit. Geht ihr mal lieber aus der Schusslinie. So. Alles klar, Freunde. Dann sollte er das jetzt versuchen. Deviatoren. Nimm die mit. Nimm die direkt mit. Und den anderen auch. Deviatoren. Tschüss, Sammler. Das sind vier Schuss. Ja, danke. Dankeschön. So einfach kann man einen Sammler klauen, ey. Luftangriff. Ja, das... Ne, den tue ich jetzt hier drauf. Auf diese ganze Scheiße da. So. Mach mal die Dinger da kaputt. Nein, nichts... Um Gottes Willen, ey. So. Diese ganze Scheiße hier im Arsch machen. So, weg damit. So. So. Tschüss, Sammler. Noch ein Sammler-Clown, ja. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt, ja. So, die Fabrik hier ist weg. Das ist schon mal gut, ey. Ja, jetzt... Schick die doch nicht da raus, wenn die Gegner kommen. Äh. So, dann stell du dich mal hier hin. Die sind so übelst krass, diese Deviatoren, ne? Ach, du Kacke. Oh, was kommt denn hier an? Egal, komm. Das schafft ihr, Türme. Der ist jetzt extrem sauer, weil ich dem sein... ...sein Mini-Gebäude da im Arsch gemacht hab, ne? Ja. Ach, das geht aber. Das geht. Ein Turm weg ist okay. Puh, ho, ho, ho. Alter Schwede, ey. Der mit seinen scheiß Deviatoren. Noch einen Sammler kaufen. Noch einen Sammler kaufen. Der hat jetzt ernsthaft... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ne, okay. Gut. Der hat mir zwei Sammler geklaut. Ich hab keine Kohle mehr, warum? Ja, warum wohl? Weil er mir die ganze Zeit die Sammler klaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Konstruktion bereit. Alter, geht der mir auf den Sack. Der geht mir richtig auf den Sack. Sein scheiß Deviatoren, ey. Der haut jetzt mit meinem Sammler ab. Der schickt echt alles, was er hat. Genauso wie die Hakon, ey. Holy shit. Noch einen Sammler kaufen. Ja, super. Toll. So. Mein Gott. Ey, Alter. Das ist so heftig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der fünfte Sammler kommt. Dann hab ich wieder alles... Dann ist wieder alles gut. Okay. Das baut der nicht nach. Das ist schon mal gut. Wird gebaut. Nee. Doch. Komm. Wird gebaut. Okay. So. Wisst ihr was? Mit den Främen? Spice-Sammler wird angegriffen. Boah. Ah, das ist... Seht ihr das? Jetzt gehört das nämlich mir. Jetzt gehört der Sammler nämlich mir. Seht ihr? Da können wir ein bisschen scouten. Da weiß ich jetzt nämlich... Jawohl. Jetzt hat er den sich wieder geholt. Okay. Aber... Jetzt wissen wir immerhin schon mal, wo seine Basis ist. Nämlich da unten. Alles klar. Seine Hauptbasis, ja. Spice-Sammler wird angegriffen. Ach, Leute. Wo denn? Ah, hier unten wieder. Seht ihr das? Der hat mir zwei Sammler geklaut, ja. Das Arschloch, ey. Das Arschloch. So. Okay. Alles klar. Dann habe ich ja jetzt mal die Schallpanzer. Scheiß-Mission, ja. Richtige Scheiß-Mission. Wenn's... Alter. Wenn's gegen die Orders geht, ist es immer nervig. Ist es immer nervig. Weil die ihre Deviatoren haben und die klauen dir diese ganzen Sammler. Ja, ist ja gut jetzt. Dammte Kacke, ey. Ist ja gut. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Bereit, Commander. Mann. Alter. Einheit verloren. Einheit repariert. Einheit bereit. Bereit, Commander. Zieh die in die Türme, ey. Das geht mir jetzt so auf den Piss langsam. Bestätigt. Ja, Sir. Für den Herrn zu. Der knallt mir nacheinander meine Kacksammler weg. Ja, toll. Unser Stützpunkt wird angegelt. Einheit verloren. So, jetzt greife ich dir mal was an. Tja, noch einen Sammler bauen. Ihre Befehle, Sir. Bestätigt Ende. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Die Ordos, ey. Das ist so nervig, die Ordos. Die Ordos sind so nervig. Einheit verloren. Erster. Wird ausgebildet. So, jetzt weißt du was? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal die Frame. Das ist ja jetzt schon mal eine kleine Armee. Der mit seinen scheiß Deviatoren. Ey. Drei Sammler gut. Diese Drecksdinger, ey. So. Dann kommt ihr mal bitte mit. Nein, ihr nicht. Ja, Sir. Nur ihr Fremen seid die Eins. Nein. Macht ihr schon mal... Das Ding da oben platt, ey. So. Nein. Verdammt nochmal. Noch einen Sammler am besten. Verliert man ja den Überblick dabei. Nein, jetzt... Bereit, Commander. Für den Herzog. Boah. Das war knapp. Nein. 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 Oh, Leute. Ihr müsst sie doch nicht jetzt... Nicht vor einen Wurm absetzen. Bereit, Commander. Ah, Leute. Zu wenig Geld. So. Für Schei-Halump. Das geht mir langsam echt auf den Sack hier, dieser Stützpunkt. So. Weg damit. Für Schei-Halump. Äh. Frame und Luftangriff. Die neuen Sachen hier. Mann. Ja. Verdammte Kacke. So. So. Weg damit. Frame. So. Frame-Attacke. So. Puh. Leute, Leute. So. Mach mal den... Ich glaube, das war der Stützpunkt, der mich so abgefuckt hat gerade eben, ey. So. So. Schaut euch das mal an, ey. Ja, ist das krass. Wie die die Gebäude einfach so weg... Weg raiden. Schaut euch das an. Krass. So. Weg damit. So. Weg damit. Die Frame, ey. Richtig gut, Freunde. Richtig gut. Also wenn ihr die Atreides spielt, spielt immer mit Frame. Das ist richtig nice. Schaut euch das an. So. Zack. Weg damit. So. Ich habe jetzt die Sanna wieder nachgebaut, die der mir geklaut hat. Und, äh... Jetzt mache ich hier noch den Rest im Arsch. Oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank. So. So. Alle auf einmal. Zack. Zack. So. Ja, ist egal. So, dann ist der Stück Mini-Stützpunkt hier schon mal weg. Ist schon mal gut, ey. Jetzt kommt der Hakone wieder. Buffer. Buffer. So. Ah, ein Sammler. Geil. Sammler. Sammler kalt machen. Von dem Hakone. So. Alles klar, Freunde. Gut. Dann habe ich ja jetzt meine 8, ne? Ja, 9 sogar. Team 2. So. Die Frame. Ab auf den Sammler. So. Oh, nein. Ah. Oh. Fünf Stück weggefahren. Wichser-Sammler, ey. Scheiße. Egal. Den kriegt ihr noch. So. Unser Stützpunkt wird angetauscht. Natürlich. So. Weg damit. Sehr gut. Macht den weg. Macht den weg, bevor der euch plattfährt. So, ja. Sehr gut. Ach, ich liebe Frame. Wir sind einfach so geil. So. Gut. Dann haben wir einen Stützpunkt schon mal weg. Sehr gut, ey. Ja, gut. Okay. Dann. 2, 2, 2. So. Kampf. Kampfpanzer. So. Alles klar, Freunde. Oh, die haben einen sehr großen Sichtradius. Schaut mal. Da kommt wieder ein... Na gut. Aber das kann mir ja egal sein. Eigentlich. So. Okay. Kein Geld mal wieder. Hat der mir wieder Sammler geklaut? Oder was ist los? Noch 3 Minuten. Nee, okay. Gut. So. Bisschen erkunden. So. Mach das weg da. Nein. Ach, verdammt. Ha. Egal. Da wollte der nämlich schon wieder angeschissen kommen. Ha. Weg damit. So. Der kommt nämlich schon wieder. Noch eine Minute. Ha. Der kommt... Der wird gerade... Abtransportiert. Sehr gut. Raketenpanzer. So. So. Zwei Främen. Da sind... Nur zwei? Ja. Ja, okay. Ich hab ja alle mitgenommen. Passt schon so. Okay. Dann brauch ich nochmal einen Trike. So. Ihre Befehle, Sammler. 600, 1, 3, 1, 8. Ja. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Abgebrochen. Pause. Abgebrochen. So. 1, 1, 1. Erstellung registriert. Lieferung in 5 Minuten. Einheit verabschiedet. Strike ist fertig. Ihre Befehle, Sammler. Sehr gut. Frame bereit. Meine Güte, Freunde. Also, eine Stunde 50. Und ich bin noch nicht mal nah dran, um zu sagen, dass die Mission gleich geschafft ist. Nee, absolut nicht. Vor allem die Kack-Orders mit ihren scheiß Deviatoren. Das die immer mal die Sammler klauen. Das ist natürlich... Das ist immer der Trick dahinter, ja. So. Aber... 10 nach 10. Scheiße. Naja gut, vor allem. Ist egal. Ähm... Jawohl, Samm. Für den Herzog. Noch 2 Minuten. Jawohl, Samm. So. Da würde ich mal sagen... Für den Herzog. Ich war gerade ganz kurz was am Überleben. Für den Herzog. Bestätigt Ende. Belagerungseinheit. Nicht gebaut. Noch 1 Minute. Oh. Oh, was ist das? Neutrales Gebäude. Ja, die lasse ich mal. Die greife ich mal lieber nicht an. Was? Okay. Alles klar. Jawohl, Sir. Für den Herzog. Scheiße. Voll da reingefahren. Mich Idiot. Jawohl, Sir. Okay. Bestätigt Ende. Ach, Mann. Ja gut. Dann fahr da mal rein. Weitere Panzer. So. Aufrüsten. Einfach mal schön aufrüsten jetzt hier. Ja, ich weiß. Da ist mein Strike. Alles klar. Sehr gut. Boah, riesen Map, ey. Riesige Map. Soviel zum Thema anderthalb Stunden Mission. Die ist ja schon zwei Stunden. Oh, was ist das? Ah, das ist auch wieder ein, äh, verschütteter Stützpunkt hier. Raffinerie. Schaut mal. Krasse Grafikdetails, ja. So. Dann weiter hier. So, was habe ich als letztes? Kampfpanzer, okay, dann. Ja, die Verteidigung, die steht jetzt. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf. So. Jetzt habe ich ein richtiges, gutes Standbein. So. Ich will eigentlich Missionen auch nicht in der Mitte abbrechen. Weil wenn ich dann wieder anfange aufzunehmen, weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Das ist blöd. Jawohl, Sir. Ja, okay. Luftangriff bereit, sehr schön. Gut. Hier hat ein Wurm was gefressen, auch cool. So. Dann noch eine Belagerungseinheit. So. Dann habe ich ja bald mal die ganze Karte erkundet, wa? Meine Fresse. Oh. Der ist schon gelb, naja, egal. Ist okay. Frame bereit. Sehr gut. So. Okay. Du meine Güte. Leute, Leute. So. Ja, dann. Uh. Jawohl, Sir. Okay. Alles klar. Ich will keinen Stress, ich will nur ein bisschen erkunden, ja? Ein bisschen spionieren. Ich finde es schade, dass man hier nicht sowas hat wie bei Commander Conker damals. Nämlich diesen Spionageflugzeugen. Oder den... Aha. Spionagesatelliten, ja. Bestätigt Ende. Naja, toll. Okay. Gut. Dann weiß ich ja jetzt, was hier gebacken ist. Den Luftangriff. Ah. Ne, komm. Gut. Dann, Freunde, speichern. Mission 8. Und hier hin. Hier mal sammeln. Und die Schallpanzer auch. Die Frame werde ich noch sammeln. Ne, die Schallpanzer können eigentlich mal hier hin. Weil den Stützpunkt hier, den mache ich nur mit den Einheiten platt. Und mit dem Luftangriff. Was sehe ich denn da? Ja, keine Ahnung. Sammelt euch mal da. So, jetzt bin ich mal dran hier mit Angriff. Oh, schaut mal. Ja, der sammelt da wieder die Vigatoren. Ich sehe das doch. Verdammte Scheiße, ist das langsam. Sekunde. So. Gut. Dann geht's mal los hier. Ah, okay. So. Oh, das ist immer noch schnell. Irgendwie bringt dieser... ...dieser Regler hier nichts. So. Oh, ne, ey. Jetzt kommt da auch noch ein Wurm an. Das kann ich jetzt immer, immer im ingrünstigsten Moment. Ey, Spielmechanik. Ach, Mann. Doof, ey. Ja. Nö. Nix da. Halt die... Geh weg. Böder Wurm. So. So. Mach mal hier kaputt. Der Luftangriff kann mal hier drauf. Oh, die scheiß Raketentürme da weg. So. Okay. Schaltpanzer sammeln da. So. Alles klar. So. Da kommt mein Luftangriff. Auf die Energie direkt. Weil das ist das Wichtigste, was er hat. Die Energie. So. Weg damit. So. Gut. So. Was ist das denn da oben? So. Warm. Ja. Sehr gut. Alles klar. Platt machen. So. Sehr schön. Den Sammler auch platt machen. So. Warm. Ja. Sehr schön. Das hier auch weg machen. So. Sehr gut. Das ist noch angekratzt vom Luftangriff. So. Jetzt noch die große Waffenfabrik da. Sonst hat der gar nicht mehr so viel. Auf dem Boden bereit. Sehr gut. So. Hauen wir hier. Zack, zack, zack. Weg damit. So. Hauen wir hier. Weg damit. Weg damit. Puh. Gar nicht mal schlecht, Freunde. Die Mission, ja. Gar nicht mal schlecht. Zwei Stunden. Ja, eine Stunde habe ich noch. Am Platz auch, ja. So. So. Dann kann der jetzt mich schon mal nicht mehr... Kann der mich jetzt schon mal nicht mehr abfacken. So. Die Bauhöfe, die halten so extrem hier viel aus, ne. extrem viel hier aus. Batsch. So. Warum ist da jetzt noch eine Einheit kaputt gegangen? Das hätte nicht sein müssen. Jawohl, Sir. So. Weg damit. Alles klar. Dann sammelt euch hier. Jawohl, Sir. Schallpanzer, fahrt mal hier runter, bitte. Bereit, Commander. Harkonnen wurden ausgelöscht. Meine Frist ist sehr gut. Wo sind denn die Einheiten von ihm? Hä? Ah, da sammelt der. Okay. Alles klar. So groß ist der Stützpunkt auch nicht von dem. Nö. Befehl, Sir. Bereit, Commander. So. Oh, geil. Ich kann bestellen. So. Sehr gut. Lieferung in 5 Minuten. Kram. Schallpanzer. Ja, jetzt haben sich die Angriffe auch ein bisschen beruhigt von ihm. Ja, Sir. Ja, Sir. Für den Herzog. Für den Herzog. Noch 4 Minuten. So. Ja, Sir. Dieser Befehl ist bestätig. Bestätigt Ende. Ihre Befehle, Sir. Da will er nämlich wieder kommen, seht ihr? Ah, er soll... Ah, Deviator. Wegmachen. Verdammt nochmal. So. Weg damit. Scheiß Deviator, ne. Ja, Sir. Bestätigt Ende. Dann können die schon mal... Ah, super. Jetzt hab ich nur noch... Dings-Einheiten. Belagerungseinheiten. Ja, toll. Dann. Boah. Dann wegmachen, da. Klar.